Game Keys und Game Cards. MMOGA. Dein Gaming Spezialist mit Kampfpreisen. Worms Clan Wars. Gerd lehrt uns aufs Neue das Fürchten. Es ist unfassbar. Also in der letzten Folge, wenn ihr sie nicht gesehen habt, ihr müsst sie euch angucken. Die wird am Ende hin so ultra spannend. Das ist unglaublich. Oh ja. Und Nick darf anfangen. Toll. Super. Ich finde das auch total toll. Gerd bestimmt auch. Ach Gott. Ich habe da nämlich sowas gesehen. Tschüss Gerd. Tschüss. Alter. Wow. Wow. Ist das... Ist das ein Lacker, ey. Das kann doch nicht sein, oder? Ja, ein Glück. Im Zweifel holt Mario jetzt alle da runter. Nein. Ne, holt er nicht. Oh oh. Ja, perfekt. Mario macht wieder das, was er am besten kann. Ach man. Mann. Ich will nicht mehr. Das ist doch scheiße, ey. Guck mal, Mario. Guck mal, Mario. So geht das. Ja, perfekt. So geht's nicht. Guck mal. Guck mal, Gerd. Boah, seid ihr beide talentiert, ey. Ja. Mir reicht einer, um ins Finale zu kommen. Ja, ja. Das haben wir gemerkt. Ah, Mann, ey. Nie, Mario. Wow. Das wirst du bereuen. Wow. Bereit. Ja. Oh. Hatschuh. Wow. Ich bin auf. Hm. Ja. Hm. Aha. Hm. Aber er kriegt mich über die Kiste nicht drüber Ich hätt ja ne Idee Komm schon dann Grenade Ne das geht schief Da stehst du gut Ich hätt den Baseballschläger genommen Der wär übers Fass geflogen Achso Ey Mayo Ja 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 stups mich in die Mine Unklar Nö ich hab eigentlich die Hoffnung Ne Flieg ich drüber Ja pass mal Und lande auf der Goldkiste Oh die trifft Gerd noch Immerhin Ich find das war ok Zeigen wir es ihm heim Ja Teambuilding oder was Nice Da stehst du gut Ja ne Ganz unten alleine Ich würde zu dem 155er schmeißen Ich würde zu dem 155er schmeißen Mario Die fang ich Ne die fängst du Das ist nicht möglich Das ist verdammt nochmal nicht wahr Leck mich doch am Arsch ey Um es mal auf deutsch zu sagen Meine Fresse Hey 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 Du hast echt Talente Von jemanden gesehen der sich so häufig selbst erwischt Oh oh genau da stehst du gut jetzt kommt ja echt da liegt eine mine drunter eine sonne der schnell genug weggekommen ja das war blindgänger blindgänger weil dem radios hatte ich glaube ich mit zwei aus dem spiel ist eine gute idee what the fuck was war das denn wolltest du echt nach ganz links werfen ja ich habe vergessen die sekunden einzustellen sehr ambitioniert okay das ist geschenkt das gibt eine kettenreaktion ha ha tschüss nick weil er geht jetzt auch noch drauf ich finde es aber ein bisschen schade dass gerd dann nicht noch neben mir stand dass ich so weit geflogen bin eine andere richtung weg geflogen ja leider sonst wäre da vielleicht auch noch weg gewesen oder zumindest gut geht der mit vom einzug hallo ich war das nein wo mein eigener 25 gemacht habe na super Das war ja sowas von klar. Komm, Double Kill. Nein! Ach, jetzt Gerd, aber... Das wirst du bereuen. Ich werde gar nichts bereuen, wenn der Gerd jetzt schlau ist. Bleib ich ja nur. Alter Verwalter. Ja, dann wird Mayo dich da unten jetzt töten und die Insel für sich haben. Bin ja noch gar nicht dran. Ja, aber gleich. Das reicht ja. Oh, guck mal. Immerhin schon mal auf dem Spiel. Ich bin ja noch gar nicht dran. Äh, habe ich eigentlich echt nur noch einen Wurm jetzt? Äh, ja. Ach du Schande. Was ist denn da jetzt passiert? Ich habe mir gedacht, ich nehme einen anderen als letzten Gegner. Das sieht ja gut aus. Tja, mit Glück geht die jetzt hoch. Bei andererseits. Äh, wo ist es? Da. Haut rein, Freunde. Echt? Echt? Das Problem ist, das hilft mir nicht großartig. Merkstoff ist eingetroffen. Ich glaube, so glück war das doch nicht. Ja, genau. Weißt du, jetzt kommt er wieder. Ich würde ja eigentlich jetzt eher auf Gerd gehen. Der ist mehr Konkurrenz als ich. Komm in die Gänge. Ja. Schriftlich ist es nicht selber. Nee. Jo, ist klar. Scheiße. Das war, äh, anders geworden. Boah, jetzt brennt es da. Ernsthaft? Ja. Haha. Das könnte klappen. Ich darf auch gar nicht mitspielen, die Runde, weißt du. Ah, okay. Boah. Ohohohohohoho. Mist. Daneben. Okay, die hätte mich auf jeden Fall umgebracht, wenn ich da geblieben wäre. Nachschub ist eingetroffen. Magen kann das nicht mal aufhören zu brennen. Verstanden. Jawohl. Ernsthaft? Nee, so kannst du nicht hinstellen. So, ja. Nee, so nicht. Ah. Kannst du dich ernsthaft dazu mauern? Ja. Ich muss da mal weg, Leute. Kann ja nicht sein, dass ihr beide noch drei Würmer habt und ich schon weg bin. Geht nicht. Just you wait. Wow. Let's go. Nice. Ah, guck mal. Ich hab dir zu deinem Arbeitslosengeld verholfen. Alter, ein Wurm. Und dann... Ja. Das war gar nicht so doof. Ja, ist egal. Ich überlebe. Nicht. Ja, Nick hat so ein kleines Stahlträger-Problem. Vor allen Dingen ist da jetzt alles weg. Mhm. Verstanden. Oh, fuck. Wobei ich eigentlich gehofft hatte, dass der auf der anderen Seite von dem Stahlträger liegen bleibt. Ja. Ach. Hast aber noch Glück. Ich nehme mir vor, die wäre jetzt bei dir da unten geblieben. Äh, geht... Auf der Geldkiste. Gerd, letzte Worte? Ja, Geldkiste. Das war... Fuck. Das war haarscharf. Das war haarscharf. Das wär's jetzt aber gewesen. Das wär's gewesen. Oh, Mann. Oh, Mann. Ja, die Idee ist so... Oha. Oha. Oh, oh. Oh, oh. Du bist nicht. Das wär's noch bereit. Guck mal, Nick ist so schweigsam. Mhm. Der ist höchst konzentriert. Hau. Das war mit dem Fallschirm ab. Ah. Oho. 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 Das war mit eingetroffen. Verstanden. Mayo leicht im Vorteil. Nein. Boah. Das war die... Ah, die falsch... Das war die falsche Granate. Das hab ich nicht gesehen. Yes, Sir. Gerhard, guck mal. Wir können das doch unter uns beiden austragen. Äh. Alles klar, hat er kein Interesse dran. Hat er Glück gehabt. Schüsse. 3, 2, 1. Da hat er auch noch Glück gehabt. Nachschub ist eingetroffen. Ja, was mach ich jetzt? Ich würd mir da Gerd vorknöpfen. Tja, wen... Wen nehm ich jetzt? Aber Gerd krieg ich da nicht weg. Mit einem Mal. Mich auch nicht. Ja, er holt sich die Kisten. Das war so klar. Ja! 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 Ganz kleines... Ja! Ja! Da ist alles stehen geblieben, aber ich bin durchgeplumpst. Das kann nicht sein, ne? Nic, ganz ehrlich, das tut mir jetzt echt leid. Mir nicht. Oh! Das, äh... Ja. Nein! Und dann das, weißt du. Wow. Wow. Ganz großes Kino, ey. Und dann mal ohne großen Kampf. Ja. Damit gewinnt Gerd. Bis zur nächsten Runde. Töööö. Tschüss. Töööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö